32 Rechentähne mit dem Mensch getrieben gegen die Maschine 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 1,2 cm 4,5 cm 5,5 cm Also mein Fazit mit dem Laubbläser, es geht verdammt schnell, du musst dich nicht bücken und wirklich laut ist es auch nicht und dadurch, dass jetzt hier kein Kabel dran ist, sondern ein E-Gerät und Akku, stolperst du auch aber nichts. Also mein Fazit ist, dass mir die Ruhe gestohlen worden ist durch den Krach dieser Ölmaschine, wobei ich beeindruckt bin, wie viel Kraft dahinter sitzt und das Laub wirklich ratzfatz vom Rasen fegt. Aus meiner Sicht ist ein Nachteil, dass man wirklich von A anfängt und bis Z auf die andere Hände durchlaufen muss, um das Laub loszuwerden, während ich in aller Ruhe meine Häufchen machen kann hier und das Laub dann mit der Karre in die stelle Bracke durch Scannerhead. Untertitelung des ZDF, 2020